Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, auf nach neuen Abenteuern. Wo können wir noch Autos abbrauen? Richtig gut, dass ich mit meiner Sportmaschine hier unterwegs bin. Da kann ich mal ein paar Meter zurücklegen. Ah, ich habe noch ein Auto gesehen. Kann ich damit auch... Oh Gott, der rutscht aber schnell weg. Ich kann mit der Mofa Wheelie und Bunnyhop. Das hättest du sehen müssen. Hat das nicht jemand in den Kommentar geschrieben, dass das geht? Ja, mit dem Fahrrad. Da ging es noch ums Fahrrad. Er wird wohl auch mit dem... Jetzt geht es ja um eine Harley. Im Mini-Format für Arme in apokalyptischen Zeiten. Ich habe noch einen Motor. Wir können beides machen. Betonmischer und Bohrer. Ne, wir können den Bohrer gar nicht machen. Wir haben den Bauplan gar nicht, ne? Ne. Bau... Buche. Ach, Scheiben. Scheiße. Wir brauchen ja noch einen Bauplan. Aber wir können Betonmischer machen. Das ist auch geil. Ein grünes Coupé. Oha. Los, schneller. Hey, hey, hey. Oh. Er hat es doch geschafft. Hast du ihn mit dem Mund gefangen? Ne, fast. Hä? Ich habe ihn an den Ohrring gemacht. Der ist weg. Den hat er gegessen. Der Zombie hat mein Teil gegessen, Jasmin. Ja. Ja. Das ist genauso frech wie Stehen im Sitzcafé. Oder Sitzen im Stehcafé. Oder Kaffee-Pausen in einer TV. Mhm. Hast du dir selber aufgedacht, oder? Das ging mir einfach nur gerade durch den Kopf, ja. Hat man gemerkt, die waren so schlecht. Meinst du, wenn du in Holland leben würdest, ne? Und du arbeitest im Coffeeshop. Mhm. Was würdest du denken, wie die Raucherpausen da eigentlich aussehen? Durchgehend. Ständig mit rauchen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber die dürfen auch nicht während der Arbeitszeit bucken, oder? Keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind hier in Deutschland. In Deutschland darfst du fast gar nichts. Boah, hier ist eine Riesenvilla. Na gut, äh. Ich gucke mich jetzt nicht besonders. Außer nicht nur das Straßenfestleben. Das darfst du. Mich stört das nicht, dass hier nicht gepufft wird. Eigentlich mein allgemein Arsch. Schon wieder Schrott, ey. Du kannst ja immer noch Alkohol trinken. Oh. Geht nicht. So ist doch wie ein Loch. Hä, gar nicht. Ich sauf wie ein Loch. Du, du trinkst gar kein Alkohol. Ich glaube, hier war ich schon. Das trinke ich für dich immer mit. Jasmin. Du stellst mich als Spießer und dich als Schluckspech dar. Ja, ist doch auch so. Warum soll ich blühen? Au. Er ist gedodged. Was? Ja. Ja, was? Ja, gedodged. Was? Ja, was ist das? Er ist ausgewichen. Warum sagst du das nicht? Jasmin, der Zombie, gegen den ich gerade gekämpft habe, ist meinem verhängnisvollen Schlag ausgewichen. Ja. Ich frage mich, ob ich hier schon mal war. Geil, geil. Brauche ich nicht. Geil. Stahlrüstungsteile nehme ich erstmal nicht mit. Die können wir irgendwann selber machen, ne? Denke ich. Zumindest. Ja, ja. Das hat nichts zu sagen, ob du das denkst. Ich meine, grundsätzlich... Was habe ich denn für eine Rüstung? Alteisen. Stahl ist besser, aber das ist ein Sechser. Können wir jetzt wahrscheinlich nur eine Stufe 1 oder 2 bauen, ne? Nur ein Grill. Wir können uns später eine richtig geile Küche machen. Ja. Ja, wir haben so viele Kochtöpfe und Grills und so. Können wir bestimmt eine richtig gute Küche machen. Also so auch optisch. Dass wir da möblieren und bepinseln, damit es schön aussieht. Aber dafür müssten wir halt noch mehr bauen. Und dafür brauchen wir mehr Ressourcen. Aber ich würde gerne erstmal das aufwerten, was wir schon haben. Ich bin schon vielleicht sehr am Lehm sammeln hier. Lehm ist gut. Lehm und Lehm lassen, sag ich immer, ne? Ja. Oh. Ich habe schon, äh, fast 8000 Lehm geschaufelt. 8000 Lehm? Ja. Hier ist so eine Höhle, da will ich auch noch rein. Wenn ich es nicht vergesse. Gott, habe ich mich erschrocken. Ich habe ihn gehört, aber ich habe mich trotzdem erschrocken. Oh, Benzin und Reparatur geht's. All the men need. Benzin. Und Simmon. Aber die Lampe sagt, ich soll hochgehen. Welche Lampe denn immer? Die Taschenlampen, die leuchten hier den Weg zu den geilen Lut. Wusstest du das nicht? Echt? Ja. Nö. Hat mir ja nie einer gesagt. Ich habe es dir gesagt. Nee. Doch, eben gerade, ja. Ja, eben gerade, ja. Wieso wusstest du das nicht? Woher soll ich das wissen? Das weiß ich nicht. Ja, siehste. Taschenlampe sagt. Achso, hier ist sogar keiner. Wenn ich den abbaue, kriege ich. Genau. Geschmiedetes Eisen. Auch ordentlich. Ich würde halt gerne die Basis zementieren, damit wir die auch mit Eisen aufwerten können. Mit der Zeit. Da geht's nur raus. 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 Iiiiih, draußen, ekelhaft. Schön war das heute wieder, ne? Wo? Halbwegs. Draußen. Nö, draußen. Mit ganzen Sauerstoff. Und, oh, Alter. Sogar ein Schmetterling haben wir heute gesehen. Uh. Oh mein Gott. Bin hier bei den Weight Watchers gelandet. Da ist auch die Krankenschwester, die die Vitalwerte überprüft. Ah. Mhm. Okay. Hallo. Kann ich hier rein? Das können wir mal zerlegen. Die Dietrich überhalte ich diesmal. Bücherregal. Geil. Durch lesen des Rezepts kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Ein Rezept für Chili Hotdog. Ja, das ist gut. Das ist cool. Das ist mal was anderes, als dieses 0815 Kartoffel mit Steak, Fleisch und so. Arme Leute essen. Eine Apokalypse. Hm. Okay. Warte mal, da ist draußen. Dann wird da auch draußen sein. So. Komm mal her, mein Freund. Bevor ich hier noch irgendwelche bösen Überraschungen bekomme. Das habe ich gewusst. Oh. Äh. Gut. Was ist da drin? Äh, nix, nix, nix. Alles cool. Ich durchstöbe ein bisschen die Wohnung. Mhm. Irgendwas, was ich nicht sehe. Nö. Irgendwas, was er nicht sieht. Ich glaube, ich habe den Anschluss der Taschenlampe verloren. Jetzt bin ich denn so schreckhaft im Moment. Letzten Tage schon. Normalerweise bin ich ein richtiger Mann. Erstmal. Wieso läuft die? Ist nur nicht 22. Und der ist auch voll schnell. Ich habe keine Ausdauer. Ich hing an der Wand fest. Oh nein, ich bin jetzt nicht schon wieder infiziert, oder? Geht das noch runter? Eigentlich? Äh, 64, 5. Ich muss hier mal ein bisschen was zerlegen. So. Eine Handtasche mit neun Chitons. Ein fauler Müll mit vier Plastik. Plastik? Ja. Knochen, soll ich die mitnehmen? Ja. Ich habe die jetzt immer liegen lassen, weil ich finde auch wenig Knochen. Nee, wir brauchen glaube ich welche, die wegen Klings machen. Kleber. Kleber oder was? Ja. Komm, dann nehme ich die mit. Was soll der Geiz? Ja, Dietriche. Jetzt fehlt nur noch der passende Save. Hast du den tollen Loot jetzt eigentlich gefunden? Äh, ich arbeite dran. Also, wenn er sagt offensichtlich, dann muss man den ja schon sehen eigentlich. Achso, da bin ich doch schon gar nicht mehr. Ich denke, er meint die, äh, hat die Truhe gemeint. Okay. Ein Toaster. ich könnte den kühlschrank mir noch ausleihen ich bringe den später zurück das wieder auf doch selbstredend wer redet selbst so gerade gesagt was die frau die sich hinter der ecke versteckt hat die wollte mich erschrecken ja ja hier erst mal ordentlich einzelne fresse gehauen ja das macht die nicht aus reflex reiner reflex als ich die beim zweiten mal gesehen habe habe ich mich so doll erschrocken dass ich aus versehen knüppelt ja ja so weiß aber ich habe jetzt vielleicht mal irgendwas cool ist aber und das was cool ist unter dem leben ist nur stein hast du falsch gedacht lehm und stein brauchen wir aber auch regelmäßig die ganze zeit ab wäre natürlich mit dem erdbohrer leichter doch ja aber ich habe leider noch kein rezept dafür gefunden jetzt habt oder buch ein bauplan wird sie den backen oder kochen oder jetzt habe ich da frikasse draus gemacht da hätte ich auch mal wieder bock drauf so richtig schön eigentlich eigentlich auch mal wieder machen ja ne find auch gefallen nachlässig seine weiblichen pflichten pass mal auf sowie sowie frikasse machen ich kann ja auch welches machen wenn du willst oder gesnetzelt ist ja ich wollte erst sagen ich kann ja auch den hudelsalat mal wieder machen aber du hast recht hünder frikasse ja den hudelsalat kannst du auch machen jetzt zu spät jetzt haben wir uns auf hühner frikasse geeinigt ja dann macht sie danach hier ist eine tür hinter kartons ja geh doch mal rein ja ja ich habe die gerade freigebaut ich habe die kartons beiseite geräumt hier ist eine cracker book kiste und da ist der bauplan für den erdbohrer drinne ja nur für eine druckplatte da darf ich den lernen weil sonst werde ich langsam voll oder willst du den können hey mach doch in not sagst du mir bescheid wenn du einen haben willst ich baue dich das kein problem ich kann das da würde ich garantiert wieder reinlaufen und zwei rucksäcke im schrank das will ich selbst nie was ich gefunden habe ne eine dose und gammelfleisch geil oder ich dachte ich habe was gehört das kann doch nicht alles gewesen sein hier fehlt mir irgendwie ein hauptblut bei der größe der bude und wie komme ich nach da auch hier vorne war ja eine treppe ich habe nix gesagt aber ich habe auch noch kein safe gefunden hier ne das ist ja eine bucht und oben ist auf jeden fall noch zombies und ein loch im boden plan zementmisch aber da steht ich habe das schon gelernt jetzt doof ach erdbohrer fehlt mir mal gut dass ich die stadt hast du was gebrochen soll ich dir den bauplan mal mitnehmen und ein knochen habe ich für dich jasmin weil du so ein feinie bist ja ja oh nein sind aber viele level up entschuldigung level up boah die köppe platzen hier in einer tour ein verbitterter rucksack ich habe hunger ich kann gar nichts mehr essen chamway sandwich danach bleibt mir nur noch gammelfleisch aber vielleicht reicht es ja zumindest wenn ich wieder zurück bin äh wo ist er wo ist er da könnt ihr hier irgendwie runterfallen wenn ich hier stehe ja ihr seid so doof oh der pizza an die war an taffern plan durchschaut hier kommen die doch nie hin äh rezept für fisch takos fisch riechen fisch riechen fisch 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 kopf rieche fisch vielleicht kann ich den erdbohrer oder beziehungsweise das rezept dafür auch gar nicht in diesem biom finden vielleicht muss ich den im brandgebiet oder weißt du in der wüste gibt es glaube ich auch noch wester 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 in der wüster ich habe hier eine offene zimmertür und sie ist verschlossen ich habe dir mal die krone abgebaut in seinem gesicht ne jetzt muss ich mich mal um die anderen hier kümmern das hing da auch sehr auffällig muss ich sagen dass die tatsächlich wieder hier oben sind wenn jetzt noch nachschub kommt dann ist das nicht mehr so viel so mit o so mit o ich habe hier ein büscherregal ein bauplan für einen schraubenschlüssel den kann ich schon ich bin mir nicht sicher ob ich hier überall war akten schrank habe ich nicht durchforstet da war noch papier das ist jetzt nicht schön ich bin hier zu hause fenster ja trocken bin ich auch ich bin ja im haus ne aber ich bin halt nicht alleine ich schon das ist ein schönes gefühl mhm das ist voll kümmert der werkbank hier vor dem fenster ist voll gemütlich ey oben wo du die hingestellt hast in der in der zukünftigen werkstatt war gemütlich wir haben doch auch ein pinsel ne in irgendeiner kiste haben wir auch farbe äh ich glaube farbe kann ich vorher stellen aber da ist doch irgendwo noch eine flasche gewesen blau glaube ich blau und rot das ist aber auch das ist ein bisschen jeder selber machen 22 uhr jasmin 22 uhr ja aus holz und leder Worüber haben wir noch mal gesprochen? Ich bin gerade ein bisschen... Ah ja, genau. Nee, Farbe brauchen wir doch. Pinsel haben wir in irgendeiner Kiste. Oh, ich kriege Besuch hier. Ich kann nicht, ich bin jetzt beschäftigt. Ich finde jetzt... Oh, Gewitter. Hä? Gewitter. Das ist doch nicht harte Blutmund. Warum wird denn das schon rot? Weil... Alter! Hau ab, gehst du mal runter? Ähm, inwiefern hast du denn... Alter! Was ist denn bei der nicht richtig? Wow. Ja, die sind voll schnell, die springen hier... Ja. ...über. Ich habe hier Officer Schlotz. Ich habe hier zwei orangene Augen. Keine ausdauernd, ich komme gerade nicht weg. Wow. Alter, was ist denn jetzt? Warum so... Alter, wie schnell. Ich hänge... ...fest. Ich kriege die Tür nicht zu. Ich sterbe. Ich habe gedacht, ich schaffe das mit dem... Oh, mein Fahrrad ist auch da. Scheiße, ich habe mich extra bandagiert, während ich gesprungen bin, in der Hoffnung, dass das gegen heilt. Nein, 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 nein. Wieso passiert mir das immer? Hm. Was sagt denn meine Rüstung eigentlich... Achso, ich habe ja keine. Jasmin, ich bin bereit. Ich bin bereit für dich. Ich bin bereit für dich, Alter. Oh, ich warte auf dich. Ach nee, ich habe ja gerade hier was gekriegt aus der gelben Kisse. Rot. Geschmiedete Stahl. Ich finde das irgendwie traurig, wie oft ich sterbe. Ach, bist du gestorben? Nein, ich habe mich einfach nur so nackt gemacht, weil ich es geil finde. Ey, du hast doch Klamotten an. Ich habe Klamotten an bei dir? Ja. Okay, bei mir bin ich nackt. Nö, bist du angezogen. Warum steht denn das Ding jetzt hier oben? Das ist schon eine Weile. Meinst du nicht, dass das hier das Ding kaputt macht? Nö, eigentlich nicht. Wenn der schießt, machen wir ja auch. Hast du was gesehen? Ja, hier, der hübscher rum. Freut sich seines Lebens, ey. Kann ich mir dein Fahrrad ausleihen? Okay. Ich will eh nennen. Jetzt kommt er. Jetzt müsste das Ding angehen. Ah, nee, hast du ausgemacht? Wir sind kurz vor dem Blutmond. Ich habe nichts ausgemacht. Ja, das Ding schießt hier voll gegen die... Gegen unsere... Nee, das bringt nichts, Schatz. Das schießt doch hier voll gegen. Weiß ich nicht, hast du einen Klauenhammer? Können wir mal gucken, ob der Damage hat. Warte, guck mal. Äh, warte, 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 warte. Ja, ist kaputt gegangen. Mach den mal aus. Nee, der schießt ja nicht gegen. Doch, ist kaputt. Ja, aber das kommt nicht von dem. Hier. Die ganze Ecke. Der hat eben gerade geschossen, da ist nicht ein Damage dazu gekommen. Hä, die anderen sind aber alle heile. Außerdem macht den mal aus, ich will die XP kriegen und nicht das Ding. Das kann man anmachen, wenn Blutmond ist, aber nicht, wenn die Paar kommen. Kriege ich dein Fahrrad? Warum? Ich muss mein Motorrad holen und meine Sachen. Wir haben demnächst Blutmond. Willst du das Mutter wieder mitbringen, ne? Ja. Ja, hier. Danke. Bring mal ein paar Zombies mit. Äh. Diese Begegnung versuche ich dieses Mal zu meiden. Warum? Ist gerade nicht gut für mich ausge... Aber mein Rucksack liegt zumindest unten, das ist schon mal gut. Aber was nehme ich denn mit? Wird ein bisschen lange, aber egal. So, haben wir denn nicht noch einen Schlagknüppel für mich hier? Ich bin zwar gerade erst, aber trotzdem gestorben, aber ich nehme trotzdem Trinken und Essen mit. Ja. 32 Minuten. 564 Meter. Meinst du, ich schaffe das noch, diese Folge? Ich weiß nicht. Wir versuchen es. Du versuchst es. Ja. Ja. Also zumindest mein Moped noch abholen hier. Mein, 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 mein. Mal gucken, ob das zeitlich drin ist. So. Alter, ich bin so muskulös, ne? Das sieht aus, als ob sogar meine Muskeln Muskeln haben. Hm. Wie im echten Leben. Oh, ich habe gar kein Licht. Ich musste mal eben mein Bike den Berg hochschleppen. Mhm. Alter, ich sehe hier gar nicht die Unebenheiten. So dunkel ist das. Oh, wie kann ich das machen? Ich habe gar kein Licht generell. Hm. Ja. Ein Glück ist das gleich um die Ecke. Mhm. Ist das so? Wow. So. Ähm. Wo fahre ich denn hier am besten lang? Da unten ist eine Straße. Ich werde der Straße folgen, bis ich an meinen Sachen angekommen bin. Mach das. Das werde ich machen. Gönn dir. So ist der Plan. Bye, bye, Senorita. Ich bin Batman. Zeit, Mann. Ich bin Fatman? Ja. Hm. Mal gut, dass ich runtergesprungen bin. So, wo habe ich denn hier meine Mofa? Ähm. Tragen. Tragen ist D. Das kann ich tragen. Das kann ich tragen. Den kann ich nur nehmen. Nee, das ist Tragen A. Weird. Tragen D. Weird. Tragen A. Weird. Und damit habe ich... Ich muss meine Rüstung mal aufwerten. Kein Wunder, dass ich jemandem Brot gehe. Hat genau gepasst mit meinen Sachen. Und jetzt gehe ich nochmal mit deinem Fahrrad ein. Nee, die eine Mod fehlt. Hm. So. Hier ist mein Motorrad. Da, 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 da. Meinst du, ich soll in die Bude nochmal reingehen? Nach ganz oben? Ach doch. Machen Sie was, wenn ich schlaufe. Ich bin ja gar nicht mehr infiziert. Ha. Nice. Das war jetzt allerdings nicht der Grundgedanke, warum ich gestorben bin. Warmen, Wormen. Jetzt nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Klingt faul, ist auch so. Bei dem Rest war ich ja schon. Hä? Wie weit oben war ich denn? Oh. 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 Also. Oh. Das. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich versuch gar nicht zu übernehmen. Das war's für heute. Was ist denn los Patrick? Hä? Was ist denn los Patrick? I did it. Oh. Dürfte doch zumindest hier oben keiner mehr sein, ne? Oh, wird hell, wach? Nee, wir haben's gerade mal 20 vor 1. Das war's für heute, weil die Musik gerade so war, das Ding. So, nur, dass ich das höre, wenn der da durchkommt. Mit dem Hammer krieg ich kein Papier. Das sieht aus wie eine gute Ecke. Auf jeden Fall. Uh, jetzt hab ich hier noch ein bisschen... Kann ich noch mechanische Komponenten mitnehmen? Ja, hier diesen mechanischen Kram. Äh, Kaffee hätte ich stacken können. Auto-Teile-Kiste. Okay. Okay, ich bekomme Besuch. Das hört sich halt nicht an, als ob das nur eine ist. Nee. Keine Ahnung, wo die bleibt. Kann ich auch Krach machen? Ja. Oh, wie geht's jetzt? Ey, hier tapsten mehrere rum. Aber die kommen irgendwie nicht hoch. Äh, siehst ihr nicht. Oh, hier ist wieder so eine mega... ...fette, verschlossene Kiste. Diesmal hab ich die triche. Geil! Was ist das? Ein roher Diamant. Äh, ja. Wir müssen mal sortieren. Das rein. Das weg. Das nehmen wir rein, wenn wir das getrunken haben. Den gönnen wir uns. Hä? Was fehlt mir denn noch? Oh, noch eine Blaubeere. Ich hab hier noch eine Schatzkarte. Ich hab hier noch eine Schatzkarte. Aber ich nehm lieber den Diamanten mit für den Helder. Ja, cool. Vielleicht können wir den verkaufen. Ah, ne, ich nehm die Schatzkarte auch mit. Wir haben das für einen. Ja. Einen Diamanten haben wir ja auch schon. Ja, aber vielleicht kann man den ja verkaufen. Hoffe ich zumindest. Ah, das macht keinen Sinn. Ein bisschen Essen hier. Ey, wenn ich überlege... Hä? Hier jetzt abzubauen macht keinen Sinn. Ich verliere einfach zu viel Loot. Ich überlege, dass wir am Anfang fast gar nichts zu essen hatten. Und jetzt kochen wir hier in einer Tour, ey. Können wir schon wieder Kartoffeln und Co. machen? Ich hab hier grad Eintöpfe gemacht. Gemüseeintopf oder wat? Alles. Geil. Äh, ich hab Wildbret eintopf, Gemüseeintopf, nochmal kurz... äh... Drei Kürbiskuchen, einen Blaubeerkuchen mal jetzt noch. Gegrilltes Fleisch mache ich jetzt noch. Also bist du richtig gut im Gange, ja? Oha. Jetzt kommen noch sechs, äh... Wildbret eintöpfe. Dann kommen 35 gegrilltes Fleisch und ein Kuchen. Und trotzdem haben wir noch voll viel zum Verarbeiten. Ne? Joa. Na gut, das haben wir hier. Brauche ich erstmal, glaube ich, nix machen. Hast du, äh... Hast du Gemüse denn abgebaut in der Beete? Hä? Das machst du wegen... Ich weiß nicht, ob ich Samen kriege. Wir hatten so viel. Ja, wir haben immer noch voll viel. Sie versteckt sich vor mir. Ha. Überraschung. Jetzt hat sich das hier ausgetapst. So. Reicht mir hin. Ich baue hier noch... Ich würde sagen, wir machen ein bisschen länger die Folge. Dann baue ich hier nämlich noch die Scheisschränke ab schnell. Und komme dann nach Hause. Ein bisschen geschmiedete Stahl. Äh, Eisen machen. Und immer alles auf Vorrat haben. Ja. Ja, zum Beispiel Kartoffeln haben wir hier jetzt noch... 55. Weil ich habe jetzt ein paar genommen. Mais haben wir noch genug. Mais mehr haben wir auch noch. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 19, 20. Kürbis haben wir 6. Blaue Heidelbeeren noch 10. Und Pilze nur noch 2. Aber da kriegst du ja immer Samen, ne? Äh, ja. Ich hoffe, dass ich mit der Ernte genug kriege, um mehr Pilze zu machen. Ja. Wenn nicht, kannst du einen Pilz in die Werkbank packen und dann kriegst du dann Samen raus. Mit einem Pilz? Glaube ich. Also ich habe jetzt mit einem Maiskorn und einer Kartoffel habe ich auch einen, äh, mit Maiskorn ein bisschen mehr Samen rausgeholt. Weil von Kartoffeln habe ich jetzt erstmal eine. Ein Samen. Wusste jetzt nicht, ob ich noch mehr machen sollte. Ein Samen aus einer Kartoffel? Ja. Kannst du in der Werkbank machen. Da ist die Kartoffel zwar weg, aber du hast den Samen. Naja, mich wundert das, weil, äh, normal kostet das 5 Samen. Äh, 5 Kartoffeln, einen Samen zu machen. Hm, oder ich habe mich verguckt. So, ich bin jetzt erstmal auf dem Weg nach Hause. Ich habe auch ein bisschen was für dich mitgebracht. Okay. Mei, oh mei. Der sollte sich da mal reflektierende Kleidung anziehen. Ja, 5 Kartoffeln. 5,5 steht da. Den sieht man ja gar nicht im Gunkeln. Den sieht man ja gar nicht im Gunkeln. Hä? Vorsicht, ich komme. Hier schon ruhig. Hier schon ruhig. Okay, dann geht der jetzt alleine weg da. Ich glaube, ich fahre jetzt nicht wieder in irgendein Loch von dem, was du hier gebuddelt hast. Hä? Ja, ich kann, ich kann mein, mein Moped ist nämlich nicht leer, dann kann ich das nicht aufsammeln. Warte mal, wer wieder da ist. Wieso geht eigentlich die Straßenlaterne nicht, meinst du? Wir können die irgendwie beleuchten? Dass das aussieht als... Irgendwann mach ich den ganzen Hof hier mit Pflastersteinen. So, wo bist du denn? Ach Mensch. Warte, ich muss in ein paar Etappen. So. Ich muss einmal kurz ein bisschen was loswerden, damit ich deine Sachen geben kann. So. Hier war doch noch, hier war doch noch. So. Weiß. Wenn du auch so hältst, dann schieß ich dir die Birne weg, du. Nicht schießen, hier ist mein Moped. Ja, okay, ich schieße. Hier kommt irgendwie keiner. Das sind nämlich alles einzeln. Weil du Patrick bist. Da wirst du wohl recht haben, Jasmin. Ja, ja. Man hört nur die Grillen ziuppen. Dein Fahrrad parke ich erstmal in die Werkstatt, ne? Ja, ja. Ich brauche doch sehr, voll selten. Müssen wir irgendwie so eine Art Parkdeck oder sowas machen, dass wir die Sachen oben in Sicherheit haben. Aber das wäre halt geil, oder? So, wo bist du denn? Hier wäre noch ein Geländer ganz schön. Hier. Aber hier wäre noch ein Geländer ganz gut. Vielleicht bauen wir hier aber auch noch aus. Komm mal rein hier. Ja, aber ich habe immer runterfalle. Ähm... Was? Kleinen Moment. Ja. Kriegst du noch zwei Mods rein. Hä? Ich habe nichts. So. Und jetzt kriegst du die. Auf dem Boden ist eine Schaufel. Stufe hat die. Stufe 5 mit zwei Mods. Oh geil. Einmal wechseln. Und was noch? Da brauchst du jetzt richtig ab. Das. 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 Oder war es das? Das war es. Das war es. Okay. Also einmal den Betonmöscher benutzen. Das ist was? Bauplan, Batterieband benutzen. Oh Gott. Popo, 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 Popo. Äh. Oh Gott. Ich meine Stufe. Schau mal weg. Ich werde dich gleich aufhören. So. Weiß gar nicht, habe ich... Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich den anderen Kram reingeschmissen habe. Welchen anderen Kram? Ähm. Die anderen Batterien und was ich noch gebaut habe. Hm. Die anderen Kram reingeschmissen habe ich, wo ich den anderen Kram reingeschmissen habe. So. Mit äh. Ach, da war ja was. Und wenn wir die herstellen wollen, brauchen wir... 10. Boah, so viel. Was müssen wir denn herstellen? Hm. Räder. Zwei. Räder. Räder. Ey, hier sind überall diese kleinen Kackfliegen. Oder ich spar aufs Auto. Ja, mach mal lieber Auto, ey. Also willst du noch kein Mini-Motorrad? Ich nehme ein Rad vor oft. Hm? Ich bin nicht mal mein Fahrrad oft. Gut, dann mach ich dir... Mach mal lieber ein Auto. Ja, mach mal später Motorrad. Sender. Ist das ein Busch oder ist das ein Tier? Ähm. Busch. So was. Kalt. Hier muss ich noch mal rein. Da. Haben wir gar nicht. Was denn? Habe ich schon gemacht. Äh. Kommt hier hinten rein. Sieben. Ah, weil voll. Brauchst du noch trübes Wasser? Ich pack mal bei Durstlöscher auch trübes Wasser mit rein. Elf Stück, ne? Mach ich noch ganz unten. Wenn wir mal Kleber machen wollen oder so. Oh, jetzt noch die Mod. Die Schatzkarten. Haben wir auch schon drei Stück. Oh. Ich schneide das Eis. Schraubfeder. Motor. Maschinen. Alter. Oh, ha. So. Gut. Motor hast du nicht zufällig, ne? Wofür? In den Mischer. Für den Mischer brauche ich einen roten Motor. Äh, warte. Ja, hast du da nicht? Ja. Ich wollte eigentlich auch einen Zementmischer machen. So. Wollte den jetzt machen. Deswegen habe ich den gesucht. Was hast du gesucht? Ähm, den Motor. Ja, aber ich kann den doch jetzt machen. Ich habe doch die Dings dafür. Ja. Kannst du, wie lange braucht der? Weiß ich nicht. Ich suche gerade alles zusammen. Willst du den morgen fertigstellen? Warum? Weil wir bei einer Stunde sind. Vier Minuten. Ja, dann lass den morgen platzieren. Oh, ich wollte den jetzt fertig machen. Ne, wir sind schon bei über einer Stunde. Ja. Ja. Hätte ich das nicht zusammensuchen brauchen. Jetzt wirklich, ey. Hier, äh, kannst du ja mal mit hochkommen. Dann kann ich dir sagen, wo ich, äh, wo der hin soll. Der bringt mir ja nicht, wenn ich den nicht fertig machen soll. Kannst du mir ja morgen zeigen. Dann zeige ich dir das morgen. Alles klar. Dann war es das nämlich heute für uns. Wir sehen uns morgen wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.